und damit grüße ich euch zu einem herzlichen hey you freunde und herzlich willkommen im sinne das ist ja mein erstes lungen tour video das ist mein stil auf dem ich immer zocke ich will das video etwas kurz halten weil mein akku fast tot ist das ist meine schlafstelle wo ich mal pennen mein controller wie ihr seht ich bin hier am arbeiten noch für youtube 8 plus warten noch erst 10 plus zwei monaten videos gemacht wenn gerade fort nach spieler kommen wort man zu ihm also diese gbl ist die gbl gold 2 der mache ich immer die musik von no copyrights extra für die streams gemacht dieses komische lange teil das ist dick oder geklötzt und ungefähr so groß wie die gold 2 ist für die anlage ist riesig größer als dieser fernseher und oben ist noch das abrufe dazu nicht fragen was ist die hülle von meinem handy ich nehme nämlich das video mit dem handy auf weil ich habe nämlich keine kamera das ist mein headset zum grundig und ich also mein ps4 ps4 pro wie es ich hoffe mal bald kommt demnächst der käufer von der weil ich die verkaufe meine rc kamer selbst gebaut habe vielleicht kommt demnächst irgendwann ein video darüber und das ist eine andere ps2 die behalte ich für immer und das rc kamer da liegt in drinnen alles lose also deshalb muss darüber muss dann noch etwas mehr festmachen damit es besser ist und so versteht ihr ja und damit beende ich jetzt auch das video mit einem wundervollen schau leute